Die Guntramsdorfer Innenstadt soll noch lebendiger werden und so wurde vor vier Jahren die Wein- und Wirtschaftsmeile aus der Taufe gehoben. Die Wirtschaftstreibenden und Winzer laden seither im Frühling zum gemütlichen Bummeln, Einkaufen und Weinverkosten bis in die Abendstunden. Die Weinbauern präsentierten ihre Weine und die Wirtschaftsbetriebe stellten ihre Produkte und Dienstleistungen vor. War es ein Erfolg? Was ich bis jetzt gesehen habe, sind sehr viele Leute unterwegs und es kommt auch gut an, dass man sich einfach einen gewissen Überblick verschaffen kann von den Wirtschaftsbetrieben und Weinbaubetrieben. Und die Rückmeldungen sind, glaube ich, sehr positiv. Das Wetter passt, also was will man mehr? Die Kombination Wein und Wirtschaft ist ja eigentlich ganz gut gewählt. Ja, ich meine, es ist ja, wir sind alle in einem Ort zu Hause und versuchen halt da alle an einem Strang zu ziehen. Und ja, es ist, glaube ich, eine ganz passende Kombination. Und ich hoffe, jeder kann daraus seine Vorteile schlagen. Und wichtig ist halt, dass wir uns als Ort gut präsentieren können und zeigen können, was wir zu bieten haben. Wir haben früher die Einkaufsnacht gehabt, alleine nur für die Wirtschaftsbetriebe. Und die Weinhauer haben so ihre offenen Weinkeller gemacht. Und da war eher die Besuche, eher so, ich sage mal, ja, nicht ganz zufriedenstellend. Und jetzt haben wir uns vor vier Jahren einmal gesagt, okay, tun wir uns gemeinsam zusammen, Wein und Wirtschaft zusammen. Und das ist das Ergebnis. Und das Konzept scheint, beziehungsweise geht auf. Naja, mit einem Gläschen Wein kann man besser shoppen. Ja, das ist so. Ich komme jetzt schon von ein paar einigen Weinhauern, auch wo sich Wirtschaftsbetriebe präsentieren, auch von Geschäften. Und da sieht man schon die lockere Stimmung, wie hat der Einkauf funktioniert. Auch durch gute Stimmung sozusagen ist auch der Einkauf etwas lockerer. Und das ist auch gut für die Wirtschaftsbetriebe hier. Es ist auch immer schön, weil wir Betriebe auch untereinander wieder zum Reden kommen, zum Plaudern kommen und wieder ein bisschen Bewegung in den Ort bringen, neue Frequenz bringen, neue Kunden bringen, dass sich auch wieder etwas tut. Und auch die Guntramsdorfer wissen das auch zu schätzen, dass wir uns einfach wieder treffen und eine Runde gemacht wird im Ort, dass da wieder Belebung auch kommt. Mit welchen Problemen hat die Wirtschaft hier in Guntramsdorf zu kämpfen? Ja, wir haben darin zu kämpfen, dass, wenn man sich die Hauptstraße anschaut, noch einige Geschäfte leer stehen, dass man sagt, okay, die Leute, auch die Bevölkerung zu überzeugen, Kauf im Ort. Ja, also wir haben natürlich Probleme mit der nahen SCS und auch mit den Einkaufszentren, die rundherum sind. Aber wir wollen jetzt wieder darum schauen, also wir können es ja nicht direkt beeinflussen, weil wir stellen ja nicht das Geld zur Verfügung, dass wir sagen, okay, mache jetzt einen Wirtschaftsbetrieb auf, sondern der muss das Risiko schon selbst tragen. Aber wir wollen dafür fördern, dass auch wieder das Leben in Guntramsdorf im Kern auch gemeinsam mit den Bürgermeistern, mit der Gemeinde sozusagen hier gefördert wird. Ich glaube, dass es einfach für den ganzen Ort wichtig ist. Es ist zwar für jeden selbst, jeder selbst muss sich, also jeder ist für sich selbst verantwortlich, um schauen, dass er sein Geschäft macht auf Deutsch. Aber ich glaube, dass es im Gemeinsamen einfach noch einfacher geht und dass es einfach wichtig ist, dass man da zusammenhält.